Musik Es hat sich kaum Räume für die im Blau gekleideten Gäste gegeben. Jetzt allerdings mal Hamsik mit ein bisschen Platz und dann sehen wir sofort wie gefährlich der ist. Diese 5 Meter waren schon zu viel. Die darf man ihm nicht geben. Steht 1-1, ohne dass die Slowaken eigentlich eine ernste Chance gehabt hätten. Aber hier sehen wir mal die ganze internationale Klasse eines Marek Hamsik. Es ist schon zu viel Raum, den darf man ihm nicht geben. Boateng kommt da zu spät raus und Leno hat überhaupt keine Chance, beim ersten ernstzunehmenden Ball, der bei seinem Länderspieldebüt auf seinen Kasten kommt, irgendwas auszurichten. Marek Hamsik, der ist da.